Spirits heißt das zehnminütige Stück eines Preisträgers vor zwei Jahren von Arne Fagehold. Er hat eine romantische Rolle, einen jungen Wald- und Naturgeist in einer modernen Choreografie von Kersti Alweberg hier in Schwetzingen, für Schwetzingen getanzt. Arne Fagehold in Kersti Alweberg, Spirits. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020